Um 2.02 Uhr am 2.02 Uhr, ja, die 22-22-Masterzahl, das höhere Bewusstsein. Und um was geht es jetzt? Na, um die Portaltage, die ab morgen starten und jetzt schon hineinstrahlen. Zehn Portaltage und währenddessen haben wir auch noch den Neumond im Wassermann. Im Februar im Wassermann und das Ganze, der Bluto ist ja in den Wassermann rein, raus aus dem Steinbock die letzten 15, die nächsten 20 rein in den Wassermann. Neumond Wassermann, ja, bring die Liebe in die Situation und am 24. Vollmond in der Jungfrau. Und jetzt geht es mir um diese Portaltage, was bringen uns Neumond und Vollmond? Ganzes Video, Clarissa M.Seite, YouTube-Kanal, Lichtweg Impulse Atlantis. Und von Kyle Gray möchte ich diese Portaltage jetzt diese Energie, die uns nach vorne bringt, ins höhere Bewusstsein, in diesen Aufstiegsmodus, in diese Schöpfungskraft von innen nach außen. Das ist ja auch die hohe Priesterin, die Nummer zwei im Tarot, die zwei wie ein Schaukelstuhl, der eben zwei solche Zweierkerben hat und von innen nach außen und von außen nach innen balanciert. Nämlich Yin und Yang, hell und dunkel. Und alles wird eins und somit steigen wir in dieses höhere Bewusstsein dementsprechend auf. Und jetzt sind wir, der Bluto, dieser Planet, dieser mystische Schattenplanet, bringt eben unsere Themen jeden für sich ans Licht. Und wir folgen unseren Seelenauftrag. Ja, im 8. Jahr 2024. Und jetzt beginnt auch ziemlich zeitgleich zum Neumond Wassermann dieses Drachenjahr, dieses chinesische Drachenjahr. Zwei Minuten 22 zum Wohle aller 222. Gerne mein 13. Buch Neubeginn eines Erdenengels. Da habe ich alle Zahlen damals 2018 runtergechannelt und auch mehrere Stellen, also Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer, glaube ich und so weiter. Was bringt uns diese Portaltage? Die zehn Stück heute Maria-Lichtfest am 2.2., gestern, das am 1.2. das Imbolgfest, das Lichterfest schlechthin, über tausende von Jahren von den Druiden, von den Kelten, Germanen, Römern gepflegt, übernommen. Nein, nahtlos von den Christen und daraus Maria Mess oder Maria Lichtmess daraus gestrickt. Naja, sei es wie es ist. Tanja Brock aus den Astrocard hat diese wunderschönen Karten gestaltet. Warum der Löwe? Ja, das war der letzte Vollmond im Januar, der das Ganze befeuert hat und ich sage immer Fire and Ice, ganz wichtig. Feuer als Löwe und Wassermann dementsprechend als sogenanntes Luftzeichen. Ja gut, Feuer and Wind oder was auch immer kann er eisig werden, der Wind und von Jasmin Boland, dann Neumond im Wassermann und Vollmond am 24. in der Jungfrau. Auch mal gut sein lassen, auch mal entspannen und dementsprechend auch mal geistig runterfahren und dann auch wieder in den Erholungsmodus neu durchstarten können, bringt auch diese Jungfrau mit sich. Der Neumond, Wassermann, die nächsten 20 Jahre im Pluto ausschlaggebend für Innovation, für Vision, für Technik, für Raum, Luft und Raumfahrt, Luft, Wassermann, Raumfahrt für die Sternen, für die Astros, vor allem jetzt markant, prägend und wichtig für die nächsten 20 Jahre. So und die Portaltage, was bringen die uns jetzt in diesen Neumond? Fangen wir mal an. Einmal die Akascher Sternentor. Der Aufgabe verbunden sein, ja, Ying und Yang zu vereinen und wenn man das getan hat, dann gibt es kein richtig oder falsch, sondern dann gehört eben all das zusammen. Das Yin und Yang-Zeichen, wenn man schnell dreht, hat man auch eine hell-weiß-graue Masse und das symbolisiert, denke ich mir, auch das Universum. Geh da durch, geh durch deinen Seelenauftrag durch, es gibt kein richtig und falsch. Es sind alles wertvolle Erfahrungen, die hier auf Erden gemacht werden und diese 10 Tage bringen dich, ja, auf deinen Seelenpfad, bringen dich in deine Kraft, das zu leben, was jetzt auf deinem Seelenpfadauftrag eben steht. Weiter geht's mit der nächsten Portal-Karte. Sind so streng, was bringt uns der Portal-Tag? Die 10 Stück weiter, natürlich das Licht. Upgrades ohne Ende, das Innere Feuer, Löwe, Willenskraft, natürlich über die Chakren, über das Nabelchakra, das sogenannte Sonnentor, das Wurzelchakra, sich gut verwurzeln mit dem Erdstern und auch mit dem Merkaberstern, dementsprechend über den Kronenchakra. Um diesen Ausgleich, um diese Verbindung stattfinden zu lassen. Ziehen wir noch eine 6 Minuten 47 Heilungscodes für die Erde. Wir sind hier auf der Erde, um Mutter Erde dementsprechend neu auszurichten und das in eine Position hinein, die dem Universum und den Galaxien dienlich sind. Denn wir alle wirken zusammen im All-Eins-Sein und richten uns universell, göttlich, in unserer Schöpferkraft neu aus. 7 Minuten 22, eine geht noch, würde ich mal sagen und das ist die Engelfrequenz. Engelfrequenz, ja, höre ganz viele Engelfrequenzen. 4, 4, 4, die Engel sind hier und du bist in Sicherheit und pflege diese starke Verbindung, die jetzt so wertvoll für uns alle sein wird, uns mit den anderen Wesen, mit den Sternenwesen, mit den Sternengeschwistern, mit den Plejaden zu verbinden. Genau die göttliche Heilung hochschwingend fußieren. Und hier noch auf der Unterseite haben wir die Hallen von Amenti. Namaste und entdecke deine Schätze und Geheimnisse jetzt im Pluto Wassermann Claire. Untertitelung des ZDF, 2020